Und dann kam die Wahl, und sonst war es immer, die Wahlen waren ja so, dass ungefähr 50% der GdBA und 50% der GdED. Natürlich etwas anders war in der Art, ich bin schon vorher immer zu den Kehrern gegangen, ich bin dahin gegangen und dorthin zu den Arschieren. Oder habe mir auch die Sozialgebäude, also habe Antreiege gestellt. So, und dann hatte ich auf einmal 95%, dann haben die dann geguckt. Kannst du dich an das Jahr ungefähr erinnern, wann das soweit war? Das war 1978, ja. Schon so früh, 1978? So, und jedenfalls habe ich dann nach der Wahl, das haben sie auch nicht gekannt, dann habe ich also in den Festsaal im Hauptbahnhof in der Feier gemacht, die habe ich alle eingeladen und natürlich auch, ob GdBA auch oder was, und die Bahnpolizei, es war ein Genuss, war das in der Art. So ging das also Jahre hinaus. So ging das auch mit einem Schlづ deal. Untertitelung des ZDF, 2020